Lektion 7 FM-Synthese und Einführung in das Filtern In diesem Tutorial werde ich Ihnen die Frequenzmodulations-Synthese und einige nützliche Techniken zeigen, mit denen man den generierten Sound bearbeiten kann. Frequenzmodulation oder kurz FM ist eine Änderung in der Frequenz eines Signals, die entsteht, wenn man die Frequenz mit einem anderen Signal mischt. Zusammen mit der Amplitudenmodulation und zusätzlicher Synthese zählt die Frequenzmodulation zu den einfachsten und am besten klingenden Algorithmen, auch wegen der Möglichkeit, hiermit komplexe Kurvenverläufe zu generieren. Komplexe Kurvenverläufe werden wegen eines großen Obertonanteils beim Hören als besonders reichhaltig und definiert wahrgenommen. In diesem Patch werden wir die Frequenz einer sinusförmigen Carrierwelle durch das Output eines sinusförmigen Modulationsoszillators kontinuierlich variieren. Den Modulator fügen wir dann zu der konstanten Basisfrequenz des Carrier hinzu. Was bedeutet das, was ich über FM gesagt habe? Lassen Sie es uns zusammen gemeinsam anschauen, indem wir einen komplett neuen Patch öffnen. Wir wissen, dass wir zwei Oszillatoren benötigen, also lassen Sie uns diese erzeugen. Wir benötigen auch noch ein paar Number-Box, um die FM-Carrier-Frequenz und den FM-Modulator zu setzen. Lassen Sie uns auch noch ein paar Kommentare hinzufügen, um uns zu erinnern, was wir an dieser Stelle tun. Wir wissen, dass das vom Modulator kommende Signal zur Basisfrequenz des FM-Carrier hinzugefügt werden muss. Lassen Sie uns also die Number-Box nehmen, die wir benutzen, um den FM-Carrier zu setzen. Und anstatt diesen direkt mit dem Carrier-Oszillator zu verbinden, müssen wir diese Nummer dem Signal hinzufügen, das vom FM-Modulator kommt. Wie machen wir das? Wir brauchen eine Plus-Tilde, die wir folgendermaßen verbinden. Ich habe noch nicht den richtigen Operanten gesetzt, der das Signal sein sollte, das vom FM-Modulator kommt, wie wir gesagt haben, denn dieses Signal muss vorher multipliziert werden. Also machen wir es mit dem uns bekannten Multiplier. Warum tun wir dies? Weil in der FM-Synthese die Amplitude des Modulator, die Intensität oder die Wirksamkeit des Effekts bestimmt. Wir können nun eine weitere Number-Box nehmen, um die Intensität zu steuern und dies auch kommentieren. Super. Dies ist der Algorithmus, der die FM ausführt, aber wir können noch nicht damit spielen, weil wir die Lautstärkeregelung und den Ausgang der Soundkarte aufbauen müssen. Also lassen Sie uns dies tun. Jetzt, wo Sie schon ein Experte sind, werden wir anstatt von 0 zu beginnen, wie wir es bisher getan haben, diese aus dem Patch, den wir entwickelt haben, kopieren, um die additive Synthese auszuführen. Also wähle ich den Slider, die Line und ihre Nachricht, den Multiplier und die AC und ich füge dies in den neuen Patch ein. Jetzt kann ich den zusätzlichen Synthese-Patch schließen, denn ansonsten würde, wenn wir das Audio einschalten, auch noch der alte Patch klingen. Lassen Sie uns die Lautstärkeregelung folgendermaßen verbinden. Und nun können wir schon hören, wie FM klingt. Wie Sie hören können, sind die Sounds, die wir produzieren, schon voller als vorher. Lassen Sie uns einen Schritt weiter gehen. Man kann sagen, dass der Sound, den wir von der Synthese bekommen, so voll ist, dass wir möglicherweise nur einen Teil hiervon benutzen möchten. Wovon spreche ich? Ich spreche vom Filtern. Was bedeutet es zu filtern? Filtern bedeutet, dass wenn wir ein Signal haben, das reich an verschiedenen Frequenzen ist, wir einige hiervon herausfiltern möchten. Wie geht das? Indem wir eine Funktion nutzen, die Frequenzen in einem bestimmten Bereich herausnimmt und die Lautstärke von Frequenzen außerhalb dieses Bereichs reduziert. Eine Funktion, mit der dies möglich ist, ist VCF-Tilde. Lassen Sie uns beginnen und dies mit 1 initialisieren. Und dann den Hilfeordner checken. Wie Sie sehen, hat VCF oder Voltage Control Filter zwei Ausgänge. Der rechteste Ausgang lässt alle Frequenzen durchgehen, die unter einem bestimmten Schwellenwert sind, der vom zentralen Eingang aus bestimmt fährt. Diese Leistung wird Low-Pass Filter genannt. Der linkeste Ausgang wiederum lässt alle Frequenzen um die Zentralfrequenz herum durchgehen. Diese Leistung wird Band-Pass Filter genannt und ist derjenige, nach dem wir gesucht haben. Das ist alles, was wir für jetzt wissen müssen. Digitale Filter sind ein riesiges und komplexes Thema. Und die Funktionen, die wir besprochen haben, sind nicht die einzigen verfügbaren, die ein Filter ausführen kann. Außerdem ist VCF nicht das einzige verfügbare Filterobjekt in Pure Data. Es gibt sogar mehrere andere Arten von Filterleistung, wie zum Beispiel High-Pass, Notch, Morphing Filter und so weiter. Um einen ersten Überblick über dieses Thema zu erhalten, ist die Wikipedia-Seite zum Thema Filter, in Klammern Signal Processing, ein sehr gut geeigneter Ausgangspunkt. Lassen Sie uns zu unserem Patch zurückgehen und das neue Objekt in den Patch auf folgende Weise integrieren. Wir nutzen den ersten Ausgang, weil wir ihn, wie wir gesagt haben, als Band-Pass Filter nutzen möchten. Warum wollen wir einen Band-Pass Filter benutzen? Weil das eingehende Signal so reichhaltig ist, dass wir verschiedene Frequenzbereiche jedes Mal hervorheben möchten, wenn wir die Zentralfrequenz ändern. Wir hören noch nichts, weil wir die Zentralfrequenz noch festlegen müssen. Um dies zu tun, wäre es nicht genug, eine Numberbox zu nutzen, wie wir es bisher getan haben, denn die Zentralfrequenz muss anhand eines Signals festgelegt werden und nicht nur anhand einer Nummer. Wie können wir eine Nummer in ein Signal umwandeln? Wir nutzen dieses Objekt, SIG-Tilde, und verbinden es auf diese Weise. Jetzt wird die Nummer in der Numberbox in ein Signal umgewandelt, das zu dieser Frequenz schwingt, im Bereich von minus 1 bis 1, wie wir schon wissen. Jetzt können wir damit spielen. Die Ergebnisse klingen wirklich voll und interessant und es ist erstaunlich zu sehen, wie viel wir zwischen unserem Start von 0 bis zum jetzigen Zeitpunkt erreicht haben, indem wir bloß elementare Objekte genutzt haben. Sie sollten stolz auf sich sein. Mit diesem Tutorial endet der erste Teil der Serie. Von dem nächsten Tutorial an werden wir sehen, wie wir die Soundgenerierung steuern können, indem wir Daten nutzen, die von externen Sensoren kommen, wie diejenigen, die für smarte Elektrogeräte verfügbar sind. Die Idee ist, die Synthese-Techniken, die wir bisher angewendet haben, zu benutzen und diese zu steuern, indem wir ein smartes Elektrogerät anstelle einer Computermaus nutzen und Eingaben machen können, indem wir Körperbewegungen mit der Kontrolle über den Syntheseprozess verbinden. Haben Sie keine Angst, dies wird einfacher, als Sie wohl denken. Vielen Dank.